Heute habe ich einen absoluten Power-Tipp für dich. Wenn du dich das nächste Mal ein bisschen müde und schwer und träge fühlst, vielleicht in der Früh, dann mache ich das immer so, dass ich in der Früh in die Dusche reingehe. Und ich dusche sowieso immer kalt. Und dann halte ich mir die kalte Dusche. Und das ist jetzt der absolute Kick. Genau hierher. Und zwar auf dem Solarplexus. Und du wirst merken, wenn du das machst, du kannst es ruhig zwei, drei, vier Minuten machen. Und irgendwann wird es volle warm. Oh, ladet sich eine Energie auf. Das ist absolut sensationell. Und dann, wenn man aus der Dusche herauskommt, dann hat man das Gefühl, welchen Berg versetze ich jetzt zuerst.